Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem heutigen Video geht es hier um dieses Lenovo Notebook. Wir haben hier ein IdeaPad Y580. Folgende Ausstattung hat das Ganze. Wir haben hier ein Intel Core i5. Wir sehen es auch hier. Dritte Generation. 8 GB Arbeitsspeicher haben wir hier verbaut. Eine GeForce Grafikkarte und eine HDD-Festplatte mit 750 GB. Aktuelles Betriebssystem ist hier Windows 7. Ein etwas älteres Betriebssystem. Dennoch hat es der eine oder andere noch aus seinem Laptop installiert. Ja, folgendes Problem hat dieses Notebook. Ich werde euch einmal hier den Fehler rekonstruieren. Also ich habe den Computer jetzt ganz normal neu gestartet. Windows-Late-Dateien. Wir sehen es ja hier noch, das alte Boot-Menü von Windows 7. Ja, das Problem ist, ich will einfach nicht starten. Jetzt sehen wir hier kurz das Boot-Menü. Und dann öffnet sich auch hier direkt das Fenster von Windows System Startreparatur. Wir lassen es einen Moment laufen und schauen mal, was passiert. So, das hat jetzt hier eine Weile gedauert. Es steht hier, starten Sie den Computer neu, um die Reparatur abzuschließen. Okay, dann probieren wir es mal. Fertigstellen. Ja, ihr habt es gesehen, der Computer startet wieder neu. Und er probiert wieder hier eine Starthilfe durchzuführen, eine Reparatur durchzuführen. Leider alles ohne Erfolg. Also ich habe das jetzt schon wirklich mehrmals getestet. Reparaturen werden ausgegeben, aber er schafft es sich hier einfach nicht selber zu reparieren. So, wir sehen es hier. Die Starthilfe kann diesen Computer nicht automatisch reparieren. So, wir haben eine Möglichkeit, könnten wir jetzt machen, hier eine Systemwiederherstellung. Das allerdings klappt auch nicht immer. Wir klicken jetzt mal hier auf Weiter, Deutsch. Das Problem ist hier, wir haben jetzt hier einen Benutzername, beziehungsweise die drei Benutzer, auf denen das Ganze hier angemeldet ist. Er will hier ein Kennwort haben, obwohl hier gar kein Kennwort vergeben ist. Jetzt klicken wir jetzt auf OK und dann sagt hier Benutzername oder Kennwort ist falsch. Also viel mehr bleibt uns jetzt hier echt nicht übrig. Der Computer will jetzt hier die ganze Zeit neu starten. Wir könnten das Ganze auch hier mit einem Bootstick von Windows 7 probieren. Wird allerdings auch zu 99% nicht funktionieren. Ja, das Problem ist jetzt, wir wollen ja natürlich unsere Daten sichern. Die Daten sind natürlich für jeden sehr, sehr wichtig. Bilder, Fotos und so weiter. Wichtige Dokumente, vielleicht Passwörter, Zugangsdaten. Ja, wie kriegen wir das Ganze oder wie gehen wir jetzt da am besten vor? Wir bauen die Festplatte aus. Ich habe mir hier so einen SATA-Adapter geholt. Den habe ich schon länger und den schließen wir an meinen Windows-PC an. Der funktioniert und probieren, die Festplatte manuell auszulesen und eine Datensicherung durchzuführen. So, das Ganze natürlich immer erstmal stromlos machen. Generell bei jedem Gerät, was ihr macht, egal ob mit Smartphone oder mit Laptops, Notebooks. Ich mache das Ganze immer erstmal stromlos. Das Schöne ist hier bei diesen alten Geräten, wir haben hier so eine Art Wartungsklappe. Da kommen wir noch gut dran. Man hat hier relativ wenig Aufwand, das Ganze hier zu öffnen. Ja, das Schöne ist bei diesen älteren Notebooks, man kommt hier relativ gut an alle Hardwarekomponenten dran. Wir sehen es hier, wir haben zwei RAM-Riegel, also unser Arbeitsspeicher. Das müsste DDR3 sein wahrscheinlich. 8 GB, eigentlich völlig ausreichend. Was schade ist, an die CMOS-Batterie kommt man jetzt nicht direkt dran auf Anhieb, um die einmal durchzumessen. Das mache ich normalerweise grundsätzlich immer. Dann haben wir hier unseren CPU-Lüfter, die Heatpipe und hier haben wir auch unsere Festplatte. Die Festplatte bauen wir natürlich einmal aus. Das Notebook an sich funktioniert soweit. Dann würde ich hier vorschlagen, dass wir hier auch eine SSD einbauen. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Samsung mit 750 GB. Hier haben wir auch das Baujahr, das ist 2012. 07, das müsste die Kalenderwoche sein oder der Monat. Ich glaube sogar die Kalenderwoche. Also 2012 Baujahr, 750 GB, ist eine mechanische HDD, wie gesagt. Und wir probieren uns einmal hier die Datensicherung durchzuführen. Grundsätzlich ist immer zu beachten, bei einer mechanischen Festplatte, einer HDD, die jetzt im eingeschalteten Zustand nicht zu sehr zu bewegen. Es ist ein mechanisches Teil. Wir haben hier eine Platte, wir haben eine Spindel, Lasekopf. Das Ganze ist natürlich beweglich und sehr empfindlich. So, wir schließen jetzt mal hier unseren SATA-Adapter an. So, einfach angeschlossen. Das Ganze hier mit USB verbunden. So, wir hören sogar ein leichtes Klacken hier. So, ich leg jetzt mal mein Mikro direkt hier neben die Festplatte. So, was wir hören, ist wahrscheinlich, dass die Spindel versucht anzulaufen, aber es leider nicht schafft. Ja, sieht leider im ersten Moment nicht gut aus. Also, probieren wir nochmal jetzt was anderes. So, ich habe jetzt mehrere Versuche gebraucht, habe das Ganze immer wieder mal getrennt und jetzt ist sie tatsächlich angesprungen. Also, sie läuft auch, sie ist angelaufen. Ich habe es jetzt hier mal ohne mein USB-Verlängerungskabel gemacht. Nach mehreren Versuchen ist sie endlich angelaufen und wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier an meinem Rechner an. So, wie gesagt, nach mehrmaligem Hin und Her ist die Festplatte endlich angesprungen und das Klicken ist erstmal auch weg. Aber wir sehen es auch hier. Direkt beim Anschließen der Festplatte haben wir hier eine Fehlermeldung bekommen von Windows. Laufwerk auf Fehler überprüfen. Klicken Sie hier, um die Überprüfung durchzuführen. So, wir schauen jetzt mal grob hier rein in unseren Arbeitsplatz. So, was sehen wir hier. Also, er hat die Festplatte schon mal erkannt. Das ist ein gutes Zeichen. Der hat hier mehrere Partitionen, also 1, 2, 3 Partitionen. Also, eigentlich eine physische Festplatte, aber digital aufgeteilt in 3. Wie gesagt, 750 GB und wir kommen tatsächlich hier auf die Daten drauf. So, wir werden auf jeden Fall erstmal hier eine Datensicherung durchführen, solange die Festplatte hier noch einigermaßen funktioniert, weil wer weiß, wie lange es dies noch macht. So, jetzt werde ich euch mal ein Tool zeigen, wie ihr eure Festplatte hier auslesen könnt. Das ist CrystalDisk Info und es gibt noch CrystalDisk Mark. So, CrystalDisk Info ist einfach ein hervorragendes Tool, mit dem man smarte Werte auslesen kann, um einfach frühzeitig zu erkennen, ob die Festplatte bald ihren Geist aufgibt, ja. So, im ersten Moment denkt man hier, oh, Gesamtzustand gut, das sieht doch ganz gut aus, die Festplatte ist ganz... Nein, jetzt werde ich da ein wenig tiefer eintauchen in die Materie, um euch wirklich zu erkennen, wo ihr auch mit einem gesunden Menschenverstand erkennen könnt, oh, die Festplatte wird jetzt vielleicht doch nicht mehr lang mitmachen. So, hier oben haben wir noch ein paar Infos, allgemeine Infos. Wie gesagt, wir haben hier eine Samsung, die Festplattenbezeichnung mit der Gigabyteanzahl, Puffergröße, die Drehzahl, 5400 Umdrehungen pro Minute, wie oft sie eingeschalten wurde, die Betriebsstunden, also wir sehen es hier, 2570 Stunden sind 107 Tage, war sie im Einsatz, also dauerhaft praktisch umgerechnet in Stunden, ja. So, ich werde euch hier einmal kurz die Werte erklären, ja. Wir haben hier einmal, das sind smarte Werte, und wir haben hier einmal Grenzwert, den Grenzwert selber legt der Hersteller fest. Also das ist jetzt nicht von Windows festgelegt, dieser Grenzwert, sondern der Grenzwert ist tatsächlich vom Hersteller festgelegt worden, ja. So, der erste wichtigste Punkt ist zum Beispiel Laserfehlerrat. So, der Grenzwert liegt hier bei 51 als smarter Wert. Der aktuelle Wert liegt hier bei 100. Der schlechteste Wert war auch bei 100. Ja, der Rohwert 2 heißt, dass es bisher nur zweimal einen Laserfehler gab. Umso häufiger hier der Rohwert steigt, umso niedriger sinkt dann hier der Wert, also der smarte Wert beim aktuellen Wert, beziehungsweise schlechtesten Wert, wo jemals gespeichert wurde. Und wenn der sich dann annähert zu diesem Grenzwert, da sagt halt der Hersteller, bei 51 kann es schon kritisch werden, dann ändert sich hier der Gesamtzustand auf schlecht oder nicht so gut und so weiter. Der Hersteller kann sich ja hier den Grenzwert selber einstellen. Und es gibt halt viele Tools, die lesen ja nur hier gut aus, und die meisten denken dann auch, die Festplatte ist noch okay, wobei das eigentlich nicht so ist, ja. Ein paar Sachen sind hier auch ganz entscheidend. Misslungene Spindelanläufe. Wir haben ja vorhin hier einen Klacken gehört. Er zeigt jetzt zwar hier 0 an, aber das kann schon dennoch sein, dass er hier mal einen misslungenen Spindelablauf hat. Also zu 100%ig würde ich mich hier auf die Werte auch nicht verlassen. Wir sehen hier, der Grenzwert liegt bei 51. Das sagt der Hersteller, beim smarten Wert von 51 wird es auch schon kritisch. Dann wechselt hier der Gesamtzustand in Rot oder Orange. Aktuell oder beziehungsweise der jemals schlechteste Wert war 252. Temperatur unterscheidet sich hier zum aktuellen Wert und jemals gemessenem schlechtesten Wert. Natürlich ist die Festplatte jetzt nicht eingebaut, ist dementsprechend nicht so beansprucht und auch nicht so heiß. Deswegen ist sie aktuell etwas höher. Und hier sagt der Hersteller, als Grenzwert ist hier 0, ja. Also rein theoretisch kann die Festplatte so heiß werden, wie sie will. Und da passiert überhaupt nichts, laut Hersteller. Ist natürlich auch nicht so gut, ja, wenn sie jetzt zu heiß wird. So, als nächster Punkt, wo ich sage, wo mir ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, ist die Schreibfehlerrate. Also wir sehen hier, der Grenzwert laut Hersteller liegt hier bei 0. Wir sehen hier Rohwerte. Das Ganze gab schon 17.000 mal 917 fehlerhafte Schreibfehler. Das ist natürlich nicht so gut. Und egal, wie oft hier jetzt der Wert steigt, der aktuelle Wert und der niedrigste Wert wird immer bei 100 bleiben. Beziehungsweise egal, auch wenn der jetzt hier runter geht, auf 90, auf 80, auf 70, der Wert bis nahe zu 0, wird dieses Tool automatisch immer sagen, dass die Festplatte in einem guten Zustand ist. Aber dennoch, wenn wir uns jetzt hier die Werte anschauen, also 17.000 mal fehlerhafte Schreibwerte, kann natürlich sein, dass das Notebook hier jetzt nicht angesprungen ist, weil es einfach nicht ordentlich schreiben kann. Vielleicht liegt da ein Fehler im Schreibkopf vor. Oder das Spindel funktioniert nicht ordentlich. Und so kann man sich halt wirklich rantasten und mit ein paar Werten, wo ich sage, die sind halt wirklich entscheidend. Also Lesefehler, Schreibfehler würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Misslungene Spindelanläufe sind auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben zwar 0, aber ich denke, die haben schon etwas mehr gehabt, was gespeichert ist. Wir haben es ja eben gesehen, die ist auch nicht angesprungen. Wer weiß, ob es jetzt an der Spindel lag oder an etwas anderem. So, Betriebsstunden, ja klar, die können jetzt rein theoretisch so hoch sein, wie sie wollen. Der Grenzwert ist 0, deswegen wird es hier immer auf gut anzeigen. Also da müsst ihr ein wenig euch die Werte anschauen. Nicht einfach hier nur auf den Gesamtzustand gut anschauen, sondern wirklich, wenn ihr merkt, hier die Leserfehler steigen deutlich, die Schreibfehler steigen deutlich. Also da wird es schon mit Vorsicht genießen und dann natürlich schon die Daten sichern, die Festplatte dann eventuell auszutauschen. Ja, glücklicherweise konnte ich alle Daten hier absichern und wir werden die Festplatte natürlich nicht mehr verbauen. Die hat vermutlich ihren Effekt. Auch während dem Videoaufnehmen ist sie mehrmals ausgefallen, hat geklackt. Also das ist wirklich ein Zeichen, dass sie bald echt den Geist aufgibt. Wir bauen hier einmal den Rahmen ab, die Festplatte zur Seite und auch hier wieder unbezahlte Werbung. Ich habe schon bestimmt zigtausende von diesen Festplatten verbaut. Intenso, diesmal eine mit einem Terabyte, preislich echt günstig, knapp 41 Euro kostet aktuell und die werde ich unten euch auch mal verlinken. Ja, hier nochmal ein paar Daten zu der Intenso SSD, also Lesegeschwindigkeit bis zu 550 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeit ebenfalls mit 500 MB pro Sekunde. Ist einfach okay. Klar gibt es da bessere Festplatten mit deutlich höheren Werten, aber die ist so Preis-Leistungstechnisch einfach mein Favorite. So, Akku können auch wieder rein. Und wir stecken gleich mal hier unseren Windows 10 Bootsick rein und gehen natürlich zuallererst hier ins BIOS beim Hochfahren. So, wir können es auch schön erkennen, also er hat unsere SSD erkannt, Intenso SSD. Was noch ein wichtiger Punkt ist, wir schauen mal rein, ob wir hier IDE auf AHCI umstellen müssen. Jawohl, der Controller ist automatisch auf AHCI umgestellt, das ist hervorragend. In manchen BIOS-Versionen ist es da noch auf IDE. Das ist sehr wichtig, damit die SSD auch ordentlich erkannt wird und ordentlich arbeiten kann. So, als Bootoption auch wieder hoch. Ja, die Windows-Installation hat geklappt. Windows 10 ist installiert. Ich sehe jetzt gerade noch im Hintergrund ein paar Treiber. Die Windows-Treiber, Gerätetreiber, Chipsets und so weiter wird alles noch installiert. Aber ja, mit so einfachen Tipps könnt ihr halt so eine HDD-Festplatte mal austesten, fehlerhafte Sektoren auslesen und so weiter. Also CrystalDisk-Info werde ich auch mal unten verlinken. Schaut euch das Programm an. Das ist kostenlos, auch unbezahlte Werbung und ist ein tolles Tool, mit dem man einfach vieles auslesen kann und frühzeitig zu erkennen, ob eure Festplatte bald den Geist aufgibt. Ja, das soll es gewesen sein mit diesem kleinen kurzen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Steh's up.